Hallo, ich bin Sebastian. Ich bin zwei Kilometre in Robroi. Es ist ein Trailer zwischen Driemen und Pitlochri. Ich weiß nur, dass ich zwischen fünf und sieben Tagen gehen werde. Wir sehen, ich weiß, dass es zwei Routen gibt. Ich weiß nicht, welcher ich wähle. Ich starte meine Walken sehr schnell. 3 p.m. Ich habe etwa 4-5 hr. Ich habe keine Ahnung, wo ich gehe. Aber ich bin sicher, dass es gut wird. Die Wetter ist gut. Und die Wetter ist gut. Ich freue mich auf die Walken. Auf der Crossroads mit West Highland Way habe ich einen ersten Marker gefunden. Ich glaube, das ist Konink Hill. Wo die West Highland Way geht. Wenn ich so gesehen habe, road-walking geht mir nicht. Und nach sechs Kilometern von Tarmac-Walking, sind wir in der Küche. Wir sind 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 in der Küche. Die Fläche ist auf der Küche. Und nach zehn Kilometern, und zwei Stunden langs nach der Küche, die Straße verändert sich an etwas wie das. Aber die Wetter ist besser als erwähnt. Und was ist das? Die Fläche ist besser als erwähnt. Eine Stunde nach der Küche. Ich bin gerade auf der Küche. Ich bin gerade auf der Küche. Ich bin gerade auf der Küche. für die Küche. Ich bin gerade auf der Küche. Ich habe die Fläche zu hoch. und versuchen, etwas weiter zu finden. Mein einziges Problem ist, dass es sich immer noch zu schmerzen. Ich habe auf dem Markt gefunden, dass es ideal für ein Camp ist. Unfortunately, it's 5 km from here, which means that it will be dark already. I don't like to pitch the tent in a dark. Decision is, if I only find a place to pitch the tent now, I'll do it. But it should be fairly flat and with access to water. But now it's time for a steady climb. It's sunset and I'm still looking for a camping spot. And it's not looking promising. The good thing is that I have water and I'm covering it with me. Huh, dear. It's getting really dark. Time to find a spot. But on the hill I've seen a silhouette of a man. And later it disappeared. What little bit freaked me out. I hope it's not a ghost of Rob Roy. The tent is up. Straight on the path. Not much choice. My dinner is cooking. And I just checked how far I progressed on the Rob Roy way. To my surprise, I discovered it's 24 km. It's not too bad. In just 4 hours. That's impressive according to my standards. And my capabilities. It's worth everything. I don't know what I'm trying to do. I'm not going to do that. It's very happy because I wonder why. When I was potentially using the logic of my mind, I was trying to plan. It was a不安定. It was a great idea. And I had a good idea. Vielen Dank.